Sie sehen, alles very British hier. Jede Stunde schlägt mein Big Bang. Morgens um sechs, aber auch um 21 Uhr hört er auf und dann kann ich schlafen gehen, wenn ich will. Da gibt es ja eine ganz tolle Geschichte hier zu diesem Bild. Zwei Geschichten. Zum einen habe ich die unterm Arm aus Hamburg in der Bahn mitgenommen und auf dem Bahnhof in Hamburg hat eine Frau gesagt, warum tragen Sie die Diana durch den Bahnhof? Da dreht sich der Taxifahrer um, der hatte die Diana unterm Arm und sagte, ganz cool, ist doch meine Verlobte, kann ich sie ruhig mal unterm Arm tragen? Die Frau hat bestimmt gedacht, zwei Verrückte laufen hier rum. Auch ein bisschen verkleidet. Ich habe einfach ein paar schöne, damit sie nicht so einfach schwarzen aussah, hat mir eine Freundin aus Amerika geschickt, weil ich ein Poster in England aufgehangen habe. Und diese Tasche, die hat mir meine Tochter geschenkt. Dann habe ich englische Flaggen mit. Das war dann die Vorlage, hier auch noch so ein paar schöne, in die Krone ein bisschen was Schönes reinzumachen. Wir reduzieren in der kleinen Wohnung. Aber gucken Sie mal, das ist mein kleines Reichtum mit den Diana-Items, mit allen Andenken. Das Diana-Buch, was ich auf einem Flohmarkt in Kassel mal gefunden habe, da habe ich mich so drüber gefreut. Und hier, auf einem Flohmarkt, kleinste Diana-Büchlein, was ich habe. Wunderschön. Sie sehen, alles very british hier.